Nochmal. Schnuffel. Und aus welcher Gattung? Klattunde. Mhm. So, und was isst du am liebsten? Alles. Alles. Was schmeckt. Mhm. Zum Beispiel? Nasen. Nasen. Eine bestimmte Farbe? Popel. Popel. Rot. Kennst du auch Gesundheitspopel? Ja. Ja, mein Frauchen macht die immer. Aha. Die steckt den Finger in die Nase und dann holt sie ganz viele bunte Popel raus. Das ist ja wohl eklig. Ja. Eklig ist schön. Ja, magst du? Bist du ein Ekeltier? Mhm. Nee. Mhm. Sag mal. Mhm. Du bist ja, naja. Was wolltest du sagen? Du bist ganz entzückend eigentlich. Ja, ich find mich auch sehr, sehr schön. Du siehst aus wie zwei Hasenzähne hier. Ja. Da und da. Aber, ähm, du, guck mal eben weg. Ich muss mal meine Zunge nach vorne holen. Die rutscht mir immer nach hinten. Ich guck mal weg. Ja, ja. So, jetzt. Habe ich deine Zunge. Besser so? Die ist nämlich noch nicht fest. Mhm. Ich bin gerade erst aus dem Ei geschlüpft. Aha. Kann man so sagen. Mhm. Also, ähm, aus dem Abnäher. Aus dem Abnäher? Ja. Ich bin genäht. Verflixt und zugenäht. Ach, echt? Ja. Das ist ja wunderbar. Mhm. Und gleich kriegst du in die Kamera rein, was? Bist du eigentlich Kamer... Du kommst mir immer näher. Kommst... Bist du eigentlich Kameragei? Ich bin Kamerascheu eigentlich. Ja? Ja, total schüchtern. Mhm. Oh. Jetzt bist du ja eine ganz andere. Ich bin sehr... sehr, 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 sehr wandelbar. Mhm. Ja. Aha. Ich habe verschiedene Outfits. Mhm. Mal mit, mal ohne. Ach. Mit ganz viel drumherum, mal gar nichts. Mhm. Ja. 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 Mein Zungenrutsch dann wieder. Sag mal. Das ist so eine Zungenrutschbahn da hinten bei mir. Echt? Ist... Ja. Ist das da glatt in deinem Maul? Und wie? Da kann man Schlittschuh laufen. Ehrlich? Ja. Ach, das ist ja... Mitten im Sommer? Ja. Das ist ja... Das ist ja wunderbar. Du stellst ja viele Fragen. Ja, ähm... Soll ich mal Schluss machen? Was machst du denn jetzt da mit dem Film? Werde ich jetzt berühmt? Ja, natürlich. Du wirst richtig berühmt. Oh. Also, äh... Sag noch mal, wie du heißt. Äh... Klats... Nein, falsch. Äh... Lass mich mal eben... Mh... Ich... Mh... Schnuffel. Schnuffel. Und bin eine Klattunde. Eine Klattunde. Ja. Also, sie hörten das erste Interview von Schnuffel der Klattunde. Schönen Tag noch. Tschüss. Und viel Spaß mit den Kindern und überhaupt. Ja, danke. Danke, danke. Tschüss. 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 Vielen Dank.